Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt, sie heißt Schwarze Saurier Jagdpfeile. Zerstöre die Pyro-Ummantelung des Goldflammen Kukusaurier Tyrannen, während er sich im Zustand Goldflamme befindet, um ihn zu Fall zu bringen. Ja, es steht schon alles drin, was wir machen müssen. Es ist relativ simpel. Und zwar muss man erstmal natürlich den Kampf so weit bringen, dass er sich in diesen Zustand verwandelt. Hier muss man tatsächlich aufpassen, wenn man ein sehr starkes Team hat, dass man ihn nicht zu schnell besiegt, weil dieser Zustand dauert ein bisschen, bis er ihn annimmt. Und wenn er ihn aber angenommen hat, ist das dann dieser Zustand, wo er sich in diesen kleinen, wie heißt es, Goldflammen, genau. Also diesen kleinen Dinosaurier, der ultra cool aussieht, finde ich persönlich. Also cool und irgendwie auch cute. Und genau, darauf müssen wir jetzt letztendlich warten. Also jetzt haben wir hier schon sehr, also ihr seht, wenn ich ihn wirklich hätte besiegen wollen, hätten wir ihn schon längst besiegen können. Das ist tatsächlich echt relativ schwach, tatsächlich. Jetzt hat er sich in diesen Modus verwandelt und jetzt müsst ihr einfach nur seine Pyro-Leistin da quasi runterschrauben. Und am leichtesten geht das. Hier erscheinen jetzt immer solche Federn. Oh, ne. Vorführeffekt natürlich. Am leichtesten ist, wenn ihr diese Federn kaputt macht. Ihr könnt ihn aber auch direkt zum Beispiel mit Hydro-Angriffen einfach angreifen. Also beides geht. Ihr müsst euch halt vor diesem Angriff ein bisschen in Acht nehmen, weil der macht echt viel Schaden. Aber ihr habt es auch gerade gesehen, sobald man diese Fehler kaputt macht, geht ein guter Teil seiner Lebensanzeige weg. Und dann ist er danach eben betäubt. Dann kann man ihn leicht besiegen. Und die Errungenschaft hätten wir jetzt aber schon bekommen. Ich habe sie natürlich schon, logischerweise. Ich habe sie jetzt nicht mehr bekommen. Aber ja, mehr müsst ihr nicht machen. Also es ist eigentlich... Ihr müsst einfach nur den Kampf machen, letztendlich. Aber wie gesagt, wenn ihr ihn zu schnell besiegt wiederum, dann kriegt ihr die Errungenschaft nicht. Also die Schwierigkeit bei der Errungenschaft ist tatsächlich, dass man halt auch wirklich wartet, bis dieser Modus kommt. Oder dieser Zustand Goldflamme kommt. Weil wenn man halt zu stark ist oder zu schnell ist, kann man die Errungenschaft gar nicht kriegen. Also ja. Aber das war es doch schon. Wie immer sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr beim Like, Comment, ein Abo von euch freuen. Für weitere, sehr viele weitere Errungenschafts-Videos schaut bitte in die Playlist in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, hauts rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.